Was ist das Wichtigste, was du mit deinen Videos erreichen möchtest? Du möchtest, dass die Zuschauer dranbleiben und im Idealfall deine Videos bis zum Ende schauen. Aber wusstest du, dass mehr als 60% der Zuschauer nur die ersten 3 bis 10 Sekunden eines Videos schauen und dann einfach weiterklicken? Deshalb ist der Anfang deines Videos enorm wichtig. Du musst es schaffen, damit die Neugier zu wecken, die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer zu bekommen, damit sie dranbleiben und nicht wegklicken. Denn das passiert, wenn du dein Video beginnst mit Herzlich Willkommen zu diesem Video. Das weckt keine Neugier. Oder würde dich das neugierig machen? Mich jedenfalls nicht. Und ich möchte dir in diesem Video Möglichkeiten aufzeigen, wie du deinen Haken, den Hook, so nennt man nämlich den ersten Teil deines Videos, anders gestalten kannst, damit die Zuschauer nicht wegklicken. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Video-Expertin. Abonniere meinen Kanal und klick auch auf die Glocke, damit du über zukünftige Videos informiert wirst. Der Anfang deines Videos ist enorm wichtig. Ich habe dazu auch ein früheres Video gemacht, wo ich erkläre, da oben, warum du kein Intro für dein Video brauchst. Weil die Zeit deiner Zuschauer ist kostbar. Und du musst es schaffen, in den ersten Sekunden, 10 bis 20 Sekunden, wirklich die Neugier anzustacheln, die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer zu bekommen, damit sie nicht wegklicken. Videos sind nämlich anders als normale Vorträge. Oder eine Rede. Dort machst du dir natürlich auch Gedanken über die Eröffnung. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit meiner Zuschauer? Und wenn du dort einen Saal oder einen Raum vor dir hast mit richtigen Menschen, dann hören die dir schon zu. Und wenn deine Eröffnung nicht so hundertprozentig ist, dann ist das nicht so schlimm, weil du kannst ja später auch noch mit deinen Inhalten punkten, die können ja äußerst interessant sein. Und es würde keiner den Raum verlassen, wenn dein Anfang nicht besonders gut gelungen ist, sondern man bleibt einfach sitzen. Man verlässt den Raum nicht und hört dir weiter zu. Mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit, je nachdem, wie gut du sprichst. Bei Videos ist das leider komplett anders. Dort hast du keine zweite Chance. Auch wenn dein Inhalt, der später kommt, super spannend ist und super interessant ist, wenn du es nicht schaffst, die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden zu bekommen, dann hast du nicht die Chance, das später wieder auszugleichen. Und leider machen sich viel zu wenig Menschen Gedanken über die ersten Sätze, die sie in ihrem Video sprechen, diesen sogenannten Hook. Hook ist der Haken. Ich würde es im Deutschen als Köder bezeichnen. Welchen Köder kannst du auslegen, um die Menschen einzufangen, dass sie deine Videos bis zum Ende schauen? Das ist die große Frage. Und Vera Birkenbihl hat das sehr gut gemacht in ihren Vorträgen. Sie hat am Anfang immer zwei, drei Fragen gestellt und die Lösung dazu gab es meistens erst am Ende des Vortrags. Und man war aber schon mit diesen ersten Fragen so neugierig, dass man mit voller Aufmerksamkeit zugehört hat. Und genau diese Technik kannst du auch anwenden für deine Videos, um einen guten Hook zu gestalten. Und das Erste, was du nämlich tun kannst, ist, stell eine Frage. Stell eine Frage, die neugierig macht, die die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer weckt, sodass sie wirklich wissen wollen, wie geht es hier weiter. Wie zum Beispiel, was ich gefragt habe, was ist das Wichtigste, was du mit dem Anfang deines Videos erreichen möchtest? Ich habe ein Superlativ eingebaut, weil das noch mehr dein Gehirn triggert. Wenn unser Gehirn solche Fragen gestellt bekommt, dann möchte es einfach wissen, was ist die Antwort darauf? Was ist die Lösung? Du kannst es auch ganz einfach machen, wenn dir keine Frage einfällt, dreh den Titel deines Videos um. Dieses Video heißt ja, das passiert, wenn du herzlich willkommen sagst. Ich hätte auch sagen können, was passiert, wenn du herzlich willkommen in deinen Videos sagst? Was glaubst du? Einfach hinten noch eine Frage dranhängen. Also Fragen öffnen unser Gehirn, machen es neugierig, man möchte einfach mehr darüber erfahren. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, mach ein Statement, mach eine Aussage. Sag etwas mit überraschenden Fakten, was dein Zuschauer noch nicht weiß bis jetzt. Zum Beispiel meine Aussage über mehr als 60 Prozent der Zuschauer springen in den ersten drei bis zehn Sekunden ab. Da sind Zahlen drin, das macht neugierig. Versuch so ein Statement, eine Aussage zu formulieren, die deinen Zuschauer neugierig macht. Etwas, was er vielleicht bisher noch nicht gewusst hat, was er aber gerne wissen möchte. Wie du es schaffst, in zwei Wochen zwei Kilo abzunehmen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Da sind auch wieder Zahlen drin und man möchte wissen, geht das wirklich so schnell? In zwei Wochen zwei Kilo, das interessiert mich jetzt. Also das sind Methoden, mit denen du deine Videos anfangen kannst, um einen guten Hook zu setzen. Und dann habe ich noch eine dritte Empfehlung für dich. Übe es vorher. Sprich deine ersten Sätze in deinem Video aus, um zu sehen, ob es dir auch flüssig über die Lippen kommt. Ob es passt für dich. Ob es wirklich neugierig macht. Denn manchmal ist das geschriebene Wort, was wir niederschreiben, wenn wir etwas vorbereiten, komplett anders als das, was wir nachher aussagen. Ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen, einen besseren Anfang für deine Videos zu machen. Ich freue mich gerne über ein Like und abonniere meinen Kanal, wenn du weitere solcher Videos haben willst. Hier bekommst du jede Woche mindestens ein Video zum Thema Video Marketing. Videos machen leicht gemacht. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine. Tschüss.